Regel 4 Wetter Bei schlechten Wetter- und Sichtbedingungen wie Nebel, Regen, Schneestürmen, Peinacht und Gewitter ist von einem Drohnenflug dringend abzuwarten. Regel 5 Menschenmassen Ein Überfliegen von Menschenmassen mit einer Drohne ist in Deutschland grundsätzlich verboten. Wichtig ist, dass bei größeren Veranstaltungen wie zum Beispiel Konzerte ein ausreichender Sicherheitsabstand zum Publikum eingehalten wird. Regel 6 Rückkehrfunktion Viele Drohnen bieten eine automatische Rückkehrfunktion an. Das heißt, die Drohne kehrt bei einem Abbruch der Funkverbindung automatisch zum ursprünglichen Startort zurück. Die Einstellung und Parameter dieser Sicherheitsfunktion müssen allerdings vor jedem Start überprüft werden.